Zur Einkaufsstraßen werden, erwarte jetzt gleich, bei Teleclubbing. Hier schaut's aus wie auf dem Parkplatz einer Messe, aber in dieser Halle ist nicht Kaufrausch angesagt, sondern ein Techno-Rave. Tja, solche Events ziehen Geschäftswelt immer magisch an. Bis jetzt hab ich mich eigentlich nur am Getränkestand eingefunden. Nicht nur für die Verkäufer, sondern auch für die Besucher, weil es eine tolle Nacht. Und was an Highlights diese Woche noch auf euch zukommt, beraten euch wie immer die Teleclub der Woche. Das ist ein Kleidl, wie man unschwer erkennen kann, wir sind die Familie Meier aus dem Gemeindebau. Und zwar ist das mein Opa, das ist meine Oma, das ist meine Schwester und das bin ich. Und wir gehen in der Freizeit immer auf Klappings von den echten Zombies, weil es dort nämlich super und leibend ist. Weil es einen guten Wein gibt, einen super Schweinsbraten und ganz leibende Essig-Gurkern. Also, zu Ostern ist es wieder so weit, kommt auch hin und merkt euch einen Satz, ist der Klapper wie der Knapper, komm und werde Zombie-Klapper. Nächste Woche sind wir mit dem Teleclub-Mobil wieder für euch unterwegs. Bis dann, tschüss! Cold filtered. Mhm. 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 Das schmeckt ja immer besser. Gut. Besser. Gößerkult. Österreichs bestes Bier. Machные scene. Da. Können Blog.